Ich bin die Ariane Bury, ich bin 21 Jahre alt, fahre Freestyle-Snowboard und studiere an der Uni Bern Psychologie. Am Snowboarden fasziniert mich am meisten, dass jeder machen kann, was er will. Mir ist an nichts gebunden und das gibt mir ein mega Freiheitsgefühl. Am meisten kann ich von meinem Sport ins Studium mitnehmen, dass ich selbstständig meine Sachen lernen kann. Es nimmt mir auch Druck, dass ich eine duale Karriere machen kann. Es ist wie, wenn du nur auf Snowboarden setzt, dann ist das 100% dein Fokus. Es ist wie eine Erleichterung auch für mich. Und zusätzlich ist es auch noch etwas für den Kopf, das mich auch ein wenig fordert. Das finde ich einen mega coolen Ausgleich. Wenn ich mich selber in drei Worte beschreiben müsste, würde ich sagen, Zielstrebig, spontan und fröhlich. Mein Ziel im Snowboarden ist, zu den engeren Weltspitzen zu gehören, im Studium den Bachelor in Psychologie abzuschliessen. Ich bin ein wenig für den Kopf. Ich bin ein wenig für den Kopf.